Partyhütchen! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem 100. Video. Es ist unglaublich, dass das schon das 100. Video sein soll. Ich habe keine Ahnung, am Anfang hätte ich niemals gedacht, dass ich wirklich so viele Videos machen werde und dass ich sie so lange durchhalten werde, weil ich prinzipiell nicht der Typ dafür bin, irgendwas anzufangen und es ist dann wirklich zu beenden, obwohl es gibt ja eigentlich kein Ende, aber irgendwann verlässt mich die Motivation komplett für irgendetwas und ich bin sehr, sehr stolz, eigentlich muss ich sagen, auf mich selber, dass ich so viele Videos gemacht habe und ich bin komplett überwältigt, wie viele Leute doch meine Videos schauen und ich hätte auch nie mit dieser Resonanz gerechnet und es ist wirklich ganz, ganz toll und es ist total toll und ich setze mir jetzt mein Hütchen auf. Ich habe vor allem mein Partyhütchen vergessen, das muss natürlich sein. Ja, ich will auch gar nicht lange irgendwie schnacken, aufhalten etc. Ich möchte einfach nur mich bedanken für 100 Videos, für eure Treue, für eure, dass ihr mir immer wieder Mut macht, dass ich so viel positive Resonanz von euch bekomme und das macht mich einfach glücklich und das motiviert mich auch einfach stetig und ständig weiterzumachen. Endlich mal jemand, der nicht sein Make-up oder Brüste vorstellt, sondern was Vernünftiges. Wartet mal, ich stelle mal kurz noch die Kamera ein bisschen runter. Ja, damit man meine Brüste ein bisschen besser sehen kann, ja. Sehr schön, ja. Ah, es piept nicht mehr. So, aufgrund dieses Punktes nehme ich an. Es nimmt auf, hoffentlich. Mein Pony sieht ein bisschen behindern aus, heute. Es folgen nun die Top 3 meiner Lieblingskommentare hier auf YouTube. Platz Nr. 3 Große Brille ist groß. Platz Nr. 2 Deine Rezension kommt dir echt intellektuell rüber. Es folgt nun Platz Nr. 1, mein ungekröter Favorit von allem. Ich glaube, ich muss dazu auch nichts weiter sagen. Es spricht einfach für sich. Bitteschön. Was für ein schlechtes Video. Ich glaube, dass du nicht dein einziges Buch davon gelesen hast. Das verbringe ich auch sehr viel. Hallo und herzlich. Hallo und herzlich. Und warte von oben. Ja, warte. So rum, ne? Ja, ja. Man sieht immer, mein Pony ist auf der Seite. Und was auch, ich muss jetzt auf den Burger suchen. Und was ist denn so? Ne, warte, ich muss erst begrüßungen machen. Hab ich doch schon. Ne, jetzt, aber jetzt ist es von oben noch mal. Ja. Jetzt bin ich da dran. Ich kann mich nicht mehr als gut. Ey, pass mal auf, ich sag dir irgendwas, ja? Wenn du einen neuen Kanal aufmachen willst, ey, dann brauchst du voll das Konzept, ey. Und hast du ein Konzept? Nein, hast du wohl nicht. Hast du ein Thema, worüber du reden willst? Nein, hast du nicht. Hast du irgendwie, siehst du gut aus? Nein, bist du nicht. Ich meine, ey, guck dir mal an, ey, was willst du denn? Nichts. Ja, danke абсолютно. Untertitelung des ZDF, 2020